Wolltest du schon immer mal wissen, ob du magische Fähigkeiten besitzt? Die Gabe der Prophezeiung zum Beispiel? Finde es heraus mit Wizard Extreme, aber aufgepasst! Du musst nicht nur die Anzahl der Stiche, sondern auch deren Stichfarbe voraussagen. Gar nicht so leicht! Vorher musst du voraussagen, wie viele Stiche in welcher Farbe du in dieser Runde bekommst. Wenn du glaubst, zwei gelbe Stiche zu gewinnen, schnapp dir zwei gelbe Siegel. Gewinnst du einen grünen Stich? Dann nimm dir ein grünes Siegel. Es sind keine Siegel mehr da? Dann klaue eins von deinen Mitspielern. Du kannst dich natürlich auch für den schwarzen Magier entscheiden. Damit stellst du das komplette Spiel auf den Kopf, indem du versuchst, die Vorhersagen deiner Mitspieler zu manipulieren. Haben alle Mitspieler ihre Vorhersagen gemacht, musst du versuchen, deine Siegel wieder geschickt loszuwerden. Wenn dir das nicht gelingt, gibt es Strafpunkte. Wer am Ende die wenigsten Punkte hat, gewinnt. Stelle deine magischen Fähigkeiten unter Beweis mit Wizard Extreme von Amigo.